Mein Name ist Ueli Hefliger und ich bin seit Anfang des Jahres einer dieser vier Partner unserer Betriebsgemeinschaft APNB. Zusammen bewirtschaften wir hier in Salbersil einen Landwirtschaftsbetrieb. Wir sind mit unserem Betrieb und unserer Milchproduktion im Projekt Klimastar dabei und probieren dort herauszufinden, was unsere Produktionsart für Auswirkungen auf das Klima hat. Wir haben von diesem Projekt gehört und haben uns dort beworben und haben nachher auch das Glück gehabt, dass wir unter die Betriebe gekommen sind, die schlussendlich auch ausgewählt wurden. Nach der ersten Erhebung hat sich gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind und bereits schon unter dem Durchschnitt der gesamten Teilnehmerbetriebe sind. Das ist darauf zurückzuführen, dass wir zum Beispiel bei der Güllenlagerung oder bei einer ausgeleugelten Fütterung schon einige Massnahmen im Vorhinein umgesetzt haben. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020